Los, bringt die Waffen zur Munitionskammer! Alarm, Alarm! Ja, seht ihr das? Seht ihr das? Ich hab schon mal grad ein bisschen unnäuch gespielt. Ich hab Zeug gefarmt und hier wird fleißig gedingst. Ich hab die Lager vergrößert und Hyperium abgebaut und die Triebwerke an die Seiten gemacht. Das ist ein bisschen hässlich, aber ich meine, ja, Lager vor Schönheit. So auf jeden Fall. Wir machen jetzt mal folgendes. Wir machen das hier aber noch ein bisschen schöner. Ich wollte doch gerade, ich hab doch das gedrückt. Ich hab's ausgedrückt wahrscheinlich. So, ja, ich weiß, ich soll nicht immer, ich soll die Lager nicht immer alle direkt leer machen. Aber naja, das ist halt immer so ein bisschen Schwund. Ich überlege, ob ich vielleicht einen großen Reaktor noch baue. So, jetzt müssen wir erst mal gucken, wie in der Crew. Also, wir haben Kanonen. Hier sind noch Bergbau-Dinger. So, pass auf. Bergbau. Genau. So, pass auf. Das ist jetzt noch an, das Doppeldingen? Obwohl das da bei der Crew aus ist. So, Bergbau. Äh. So. So. So, die sind für den Bergbau zuständig. Dann haben wir die Kanonen. So, dann haben wir... Wir haben sehr viele Kanonen. Das haben wir aber schon gemacht. So, die hatten wir aber noch frei. Dann haben wir hier noch Kanonen für irgendwas. Für die oben vielleicht. Da sind zwei dran. Kann ich die direkt auf zwei... Die laden die auch nach dann, oder? Ich sage hier. Pass auf. Du. Da. Du. Da. Ich weiß nicht, was die anderen beiden Kanonen dann machen. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Red Shirts. Wir brauchen noch mehr Red Shirts! Komm, haben wir noch ein paar Red Shirts rein? Wir haben ja jetzt Command-Punkte. Ich weiß nicht, ob das überhaupt reicht, ja? Ich glaube, das ist... Wir sind sehr unterpowered. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Crew. Ich meine, warum nicht? Oder? Oder? Wir wollen auf jeden Fall heute noch was machen. Keine Sorge. Pass auf, wir machen hier noch Crew rein. Wir haben ja Platz. Ja, hier ist generell ziemlich viel Platz, was ich noch nicht benutzt habe. Das ist eigentlich sehr schade. Aber wir können hier auch ein bisschen Panzerung rein machen. Damit, wenn die, äh... Wenn es durchschlägt, wir nicht direkt... Das... Nee, das ist jetzt blöd. Komm, wir gucken mal. Was sieht es denn hier eigentlich aus? Strom ist gut. Crew ist scheiße. Äh... 37 von 80. Waffenmunition ist auch low. Das macht aber nichts. Wird jetzt noch gebaut, ne? Dann heulen wir jetzt erstmal an. Hallo, hier ist Station... Äh, hier ist Ahadie Gottwalter. Wir brauchen Crew. Und wir haben keine Command-Punkte mehr. Weil wir haben nur die Dinger da. So, was war doch mal das Problem. Das müsste doch jetzt eigentlich gehen. Nee, hier ist echt die Mitte. So, okay. Ich verstehe nicht. Ach nee, das geht, ne? Das hätte gut dahin gepasst. Oder sonst wohin. Okay, pass auf. Machen wir. Sind wir jetzt pleite? Nee, sind wir nicht. So, dann machen wir hier noch einen Ein- und Ausgang hin. Warte mal. Ja, machen wir. Haben wir hier hinten jetzt was? Nee, ne? Doch da. Dann machen wir noch hier und hier einen hin. Ist der Feuerlöscher wieder weg? Jetzt haben wir gar keine strategische Abwehr mehr, ne? Doch, haben wir doch. Ist alles gut. So. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ach, uns fehlt ein Prozessor. Was haben sie jetzt geändert? Jetzt kann ich machen. Sie es so machen. Machen Sie es so. Kann ich Prozessoren herstellen? Das wäre Spulen. Prozessoren. Sorry, dann brauchen wir jetzt einen Prozessor. Aber hier gibt es wahrscheinlich keinen mehr. Doch, gibt es doch noch. Zwei Prozessoren. Warte mal. Jetzt sag nicht, die Prozessoren sind schon mit eingerechnet, die man kaufen kann, ne? Was weiß ich hier mal gerade bauen? Ja, guckt mal. Wir haben eine richtige Brücke. Na, endlich. So, und jetzt Personal. Hä? Immer noch ein Problem. Nee, Rom brauchen wir. Das ist keine Brückenfähigkeit. Das ist Ruhm. Ach, scheiße. Ich trottel hab das vertauscht. Nur Seelen auf dem... Nur dich in deine Crew anschließen. Erhöhe deinen Ruhm, um noch mehr zu überzeugen. Ach so. Okay, pass auf. Pass auf. Das wird schon funktionieren. Hauptsache, die Munition ist jetzt ready. Gut, dann machen wir jetzt mal eine Mission. Ich hab das vertauscht. Das ist... Aber wo sind die Kommandopunkte? Kommandopunkte. Das ist... Was? Da, die Kommandopunkte. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Da. Okay, gut. Na, egal. Ich wollte das sowieso haben. Ist doch egal. Ist doch egal. Ich bin unfehlbar. So, ähm... Unbekanntes Zerstörer-Piraten-Basis. Das probieren wir jetzt mal. Auf geht's. Und dann können wir immer noch... Vielleicht müssen wir doch mal als nächstes... Machen wir das erstmal jetzt. So, ist egal. Machen wir das erstmal. Wir haben ja noch zwei normale Piraten, die wir klatschen müssen. Hier gibt's 55 unbekannte Signale. Das kann ich ja nicht glauben. Das ist echt nicht gut hier. Wo sind die denn alle? Wir haben die gar nicht. Ich glaub, ich muss die random lassen. Weil ich die gar nicht besitze. Scheiße. Wie kann ich denn die... Das Ding löschen? Ich könnte es einfach löschen. Und wieder hinsetzen. Beide. Das ist ja auch gut. Aha. Oh, was ist passiert? Wir sind doch gar nicht da, ey. Mein Herz. Ja, wir haben auf jeden Fall Probleme hier. Ich glaub, ich muss die Bergbau-Laser... Obwohl, die sollen ja auch im Angriff helfen. Also, brauchen wir die schon. Die Raketen sind alle ungemannt. Das ist doch echt blöd. Ach ja, da waren... Ach so, guck mal, die Eingänge. Scheiße. Füllt mir jetzt eine Spule. Das gibt's doch nicht. Jetzt können sie die Raketen, die ich schon mal auffüllen. Komm, wir müssen mal kurz hier stehen bleiben. Hier sind Asteroiden. Was brauchen wir denn zum Bauen? Uns fehlt Eisen, glaub ich. Ne, das haben wir auch noch. Wir müssen die erst mal aufstatten. Ja, krass. Wir brauchen auf jeden Fall Manpower. Ich lebe, ob ich aus allen jetzt erst mal... Das ist schon echt ein Problem. Ich glaub, ich brauch eine Spule. Kann ich das bauen? Alles nicht. Ich brauchte irgendwie Wrack oder so. Scheiße. Wegen der blöden Tür. Was ist, wenn ich irgendwo ne... Tür weg mache? Wie zum Beispiel... Die hier. Ja, sehr gut. Tut mir leid, das hab ich vergessen noch zu pimpen. So, dann bin ich mal gespannt, wie die Scheißpiraten damit klarkommen. Ja, 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 speichern. Tut mir leid, ich bin immer so ein bisschen verplant. Ich bin nicht blöd, aber ein bisschen verplant. Also, ich plane zu unübersichtlich und... Ich bin der Beste. Ich plane perfekt. Das ist alles nur zum Testen eures IQs. Ob ihr das vor mir oder nach mir seht. So, das wird jetzt interessant. Ich glaub nicht, dass wir das schaffen. Alter! Ich glaub, wir fliegen lieber ins nächste System, oder? Oh, halt! Da, den ersten haben wir drin. Und los geht's. Boah, Raketen los! Oh, guck mal, das ist so ne kleine Fritte. Mach's gut, du Lappen. Boah, die ersten... Boah, die Raketen haben gesessen. Das war gut. Gut, die fliegen vorbei und drehen halt um. Alter, das ist Overkill. Boom! Alter! Was soll denn da noch stehen bleiben? Also, im Ernst? Einsammeln! Schnell, bevor die anderen kommen. Das brauchen wir nämlich zum Reparieren. Speichern. Und... Jetzt speichern. Alter, ich glaube in so nem... Ich weiß nicht, ob es gegen alle schaffen würde. Ich weiß auch nicht, was die Station so kann. Wir fliegen mal ein bisschen drumherum. Um die hier oben mal ein bisschen zu locken, weil die haben ja alle anscheinend Patrouillen. Ich würd gern mit meinem Raumschuss stehen bleiben, damit die Raketen nicht immer dran vorbeifliegen. Speichern. Oh, halt, ich muss mal stehen bleiben. Wir müssen noch ein bisschen Energie und so... ...managen. Sehr gut. Komm, wir machen kurz nen Prozess. Wenn die Raketen vorne rauskommen würden, dann würden wir wahrscheinlich auch immer direkt treffen. Aber so ist auch völlig okay. Soviel dazu. Und der nächste. Oh, oh. Alter, meine Raketen kommen zurück! Feuer! Alle Geschütze abfeuern! Ich will das mal sehen hier. Ja, die Leute laufen alle rum und füllen alles mögliche nach. Boahm! Richtig geil. Yeah! Yo! Und jetzt kommen noch die Bergbohrlaser. Naja, kann man nix machen. Würde die gerne... Soll ja noch Crew-Combat kommen und so? Da gibt's schon ne Road mittlerweile. Ach du Scheiße. Alle Mann wieder rein. Und Feuer frei. Haben wir irgendwas verloren? Ja, wir haben noch ein paar im EVA. Wart mal lieber, dass die zurückkommen. Was soll der schon machen? Genau, wir schießen einfach ein paar Raketen ab. Sehr schön, da kann Raketen zurück. Okay. Ah, sehr gut. Okay. Speichern. Jetzt haben wir nur noch die Hauptstation. Ich weiß nicht mehr, wo das letzte Wrack war. Das war wahrscheinlich hier. Okay, los geht's. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie so kann. Auf geht's gegen die Piratenstationen. Oh, halt. Wir müssen die Raketen nachladen. Pass auf, wir machen aus allen Red Shirts, oder? Mal gucken, wie gut das funktioniert. Und ich muss die Aus-, die Aus-, die Auswahl zurücksetzen. Was war das hier? Kann man nichts machen. Im Moment sind jetzt alle Raketen besetzt und, äh, los geht's. Das sind bestimmt, äh, Plattformen. Jo. Das ist die Brücke. Aber da haben wir schon Erfahrung mit. Ach du Scheiße. Das schaffen wir nicht. Ist ja jetzt schon, schon... Ach du Scheiße. Boah, ho, 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 ho. Boom. Ha, 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 ha. Okay, das brauchen wir gar nicht probieren. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, wir haben schon mal ein bisschen was geplättet. Gut, dann fliegen wir jetzt mal ins nächste System, oder? Komm, das müssen wir jetzt mal machen. Wir machen jetzt mal die nächste Quest, und zwar im nächsten System. Aber die haben wir doch bekommen, die Quest. Äh, Besuche, da. Favoriten. Hyperraumsprung. Und zwar nach... Äh, Übersprung zu Omega-Diara. Äther-Ficus und... Ja, dafür brauchen wir noch ein bisschen Hyperraum-Dingens. Anscheinend zu wenig. Ich meine, aber da ist doch einiges. Wie viel haben wir denn im Lager? 91. Oder heißt das nur, das würde das kosten? Wir brauchen mehrere Hyperraum-Generatoren. Kann das sein? Tja, Piratenstation. Wir kommen wieder. Keine Sorge. Ich meine, vielleicht würden wir es doch schaffen. Aber wenn ich genug Crew hätte, dann vielleicht. Oder zwei Schilde, oder drei Schilde. Guck mal, au. Au. Nimm mal mit. Nehmen wir erstmal nochmal ein bisschen Hyperiumium. Hyperiamiam. Das ist jetzt natürlich blöd. Natürlich jetzt ein bisschen viel auch. Das ist noch ein bisschen schwierig. Warte mal hier. Guck mal, das reicht. Weiter. Ja, ja, ja. Ich bin hier. Okay, gucken wir mal. Kann ich davon irgendwas bauen? Jetzt geht's. Okay. Gut, dann speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch da hinfliegen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch da hinfliegen müssen. Yeah. Achso, wir sind jetzt hier hingesprungen. Alter. Ach, krass. So, wir sollen. Da hin. Guck mal, da ist ein Planeten. Neue, nicht über erdähnliche. Oh, scheiße. Los. Kampfstation. Super duper. Guck mal, wir sind geplatzt. Das Gute ist, jetzt sind die ganzen Räume wieder so, wie wir sie vorher hatten. Ne, 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 ne. Pass auf, wir springen jetzt direkt da hin. Hallo, da sind wir schon. Das macht alles einfacher. Alte Zahlung. Okay. Rette Quasi-Station. Quasati. Vielleicht machen wir das mal zuerst. Und Kopfgeld. Guck mal, wie viel Kopfgeld wir hier sind. Ne, das Piratenbasis lassen wir weg. Wir wissen ja, wie gut wir damit sind. Kein Ruhm mehr. Also brauchen wir noch mehr Ruhm. Äh, Munition. Wir brauchen... ...mehr Munition. Entschuldigung, Entschuldigung. Es sind einfach zu wenig Leute da, aber für die... ...wenn wir fliegen, machen wir das ja eigentlich. Also. Das sind alles Kopfgelder. Ja, dann machen wir die mal. Ja, dann machen wir die mal. Ich glaube, wir fangen mit dem an und machen mal hier rum, oder? Ich meine, wir können auch die Station retten. Das ist wahrscheinlich da oben. Kontaktiere Verwero-Station. Rette Quasi-Station. Die Quasi-Station. Vielleicht machen wir das zuerst. Dann würden wir das einfach die... ...ne? Quasi die alte Station damit retten. Oder es wieder gut machen. Oder sie stirbt aus Versehen. Und ich weiß ja nicht. Ist ja so. Passiert halt. Ich glaube, ich mache Triebwerke an die rechte und linke Seite. Mit den Dingern hier. Ich glaube, das wäre besser. Ich mache quasi Triebwerkabteile. Mit eigenen Crews. Vielleicht auch mit eigenen... Ach, hier ist ein Kopfgelderung. Dann machen wir das jetzt mal gerade. Okay. Bum, bum, bum. Äh, auf die Crew, bitte. Yeah! Ist es noch irgendwie intakt? Also, da ist ja nur noch Staub übrig, ey. Sehr gut. Holst es rein. Ja, erst mal weiter, Mann. Ist noch weit weg. Ist aber auch eine Quest. Klar, weiter geht's. Quasi Station. Wir eilen. Ich hoffe mal, dass wir genug Munition und Raketen an Bord haben. Ich bin ja... Ich muss auf jeden Fall so frühmöglich auf die großen Reaktoren umschwenken. Ich meine, das wäre auf jeden Fall... Sehr gut. Sehr gut. Ich habe gehört, ihr spielt alle die Demo. Alle meinten so, oh, da gibt es nicht viel zu tun, blablabla. Aber alle waren überrascht, dass ich auf einmal alles habe. Ich wusste auch nicht, dass ich eine weitere Version habe. Eine Early Access Version. Das ist egal. Hauptsache drauf, oder? Komm jetzt, bumm, und dann ist es vorbei. Ach komm, triff doch. Endlich. Drehen, drehen, drehen. Drehen, drehen. Ja, mit deinem kleinen Laser machst du nicht viel. Oh Mann, die ist aber auch nicht mehr lange intakt. Die haben die wohl gehackt, hä? BOOM! BOOM! Abbauen. Oh, ich kann die jetzt anfungen, oder was? Im Endeffekt haben wir die jetzt gerettet. Besser als im anderen System. Oh, guck mal, wir haben rumbekommen. 16. Ja, vielleicht können wir jetzt direkt Leute kriegen. Nicht sehr viele. Aber wir wollen ja noch mehr verdienen. Die haben nur ein bisschen Teile verloren. Vielleicht reparieren die sie ja nochmal. Das erstmal alles mitnehmen, was geht. Ich glaube, ich mache doch nochmal aus allen Red Shirts. Ja, und setzen die Crew-Quartiere, glaube ich, nochmal neu drauf. Einfach. Geht das? Ich weiß nicht, wie ich die löschen soll. Dann, 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 dann. Golden Eye. Tut mir leid, ich gucke gerade Golden Eye. Ist noch ein bisschen schlecht gealtert, ne? Muss ich sagen. Ich habe gerade noch irgendwas anderes verkauft. Was war das? Ein Korridor? Ne. Eine Tür vielleicht. Okay, so. Alle sollen alles tun. Alle wieder drin. Ja, damit halt, äh, ja. Ist halt so. Ist halt blöd. Können mich ändern. So, machen wir jetzt die Kopfgelder, ja? Machen wir jetzt mal das, weil da ist eine... Wisst ihr mal, da ist die Piratenstation. Gut, Leute. Ich muss aber jetzt ja auch aufhören. Ihr seid die Besten. Das wisst ihr ja. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Oh, scheiße. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.